ARD Text im Auftrag von Funk Hallo hier und willkommen in der nächsten Aufnahme Zack und damit haben wir den auch 100% im Level Und kein Leben verloren meine Lieben Leben verloren So, Crash Dash, da geht's jetzt rein Und ja, wenn man sich schon denkt, rennen, ihr liegt richtig, ihr merkt, der Weg führt zu uns Und ich glaub, ihr werdet zum ersten Mal verwecken Aber auch nur aus einem Grund Wegen Kisten Und wegen diesem hässlichen Fallen Danke Zack, los geht's Vor allem hier kann man wunderschön einen Vorsprung ausbauen Gegenüber der Kugel Auf die Kacke und los geht's So, hier können wir jetzt einen Vorsprung ausbauen, weil er da ein bisschen gebremst wird Die Mito-Kiste darum kümmert er sich Der fällt jetzt runter Der fällt jetzt runter Jetzt haben wir da eben drauf gewartet Jetzt haben wir da eben drauf gewartet Äh, äh, verfallen die Resten mit einem Apfel Prost, Prost Und ja Das hab ich jetzt gerade aus einfachen Sicherheitspunkten gesagt Aber man, ich hasse diese Fallen Prost Man, ich hasse diese Fallen Da hab ich das erste Leben verloren Ich hab's nämlich gewusst Mir wird's passieren Weil mit der Hektik und so'n ganzen Kram Mann Ach, Gott Ist gut Mann Ja, diese hässliche Falle, ey Ja, das ist Das Problem ist Das Problem ist Ich muss die kaputt machen Die Kugel macht das nicht Die Kugel hüpft durch die, ähm Durch das Ding, äh, oben drüber Komm, Mann Wieso krieg ich die denn nicht? Das ist ja nicht der Falle ausgedrückt Ich muss euch ein bisschen mehr Zeit Zack Zack Und da ist er Jawoll Gut Zwei Leben verloren Aber, ganz ehrlich Kann man nichts machen Weil sowas ist das extrem Ähm, weil du so sauschnell reagieren musst Das ist echt manchmal fies So, da kommt wieder eine neue Nachricht rein Wir haben durchaus Feinde Einige davon könnten dir sogar bekannt vorkommen Innerhalb dieses Walkrooms Können sie dir zwar nichts anhaben Doch auf dem Weg zum nächsten Könnten sie dich überfallen Um zum nächsten Walkroom zu gelangen Steig auf die Plattform In der Mitte des Raums erscheint Viel Glück Ja, und wie ihr seht Ja, und wie ihr seht Da haben wir alles Da haben wir alles Da ist alles da Da findet ihr noch der Rote Äh, aber ansonsten haben wir alles In diesem Raum Und ich kann euch sagen Warum wir, ähm Den Rot noch nicht holen können Den Rot noch nicht holen können Weil der Rote ist erst freigeschaltet Ähm Und wir kämpfen gegen Ripperroo Er ist gebildet Jetzt ist er verrückt Und jetzt bei uns an Nitro Weg mit dir Jetzt ist er wieder verrückt Und ihr fragt euch wahrscheinlich Warum stellt er sich immer wieder da unten hin? Ich weiß, dass er mir hier nichts antut Bam Kommt der gebildete wieder Mit das TRT kann mir natürlich was So Genau Platt ist er Und jetzt tanzen wir wieder erstmal ne Runde Zack Und weg mit uns Nächster Warboom Nächste Nachricht Oh der Schlechter Ist wohl mal wieder sein Geld nicht wert gewesen Doch Scherz beiseite Es fehlen noch einige Kristalle Zwanzig um genau zu sein Die Planeten sind bald in Konstellationen Alle dreizehn davon Und werden eine Kraft erzeugen Die groß genug ist die Erde zu zerreißen Mit den Kristallen jedoch Lässt sich die Energie Hey Gut Ach nein Na Koko Hm Sie will uns davon abhalten Und jetzt ärgern wir erstmal den kleinen büchen Eisenberg Da sind sie Zack 10 Leben Und wir gehen als erstes in Aircrash rein Weil das ist nämlich wieder ein Wasserlobbel Hallo Oh mein Gott Oh mein Gott Und keine Angst wenn ich hier ein paar Kisten nicht einsammeln Das ist mir jetzt kackegal Weil Ich bin jetzt weg So Jetzt über einem geheimen Warboom Hier befinden sich Level zu 2 14 26 27 Und 7 Aber wir gehen jetzt nach 2 rein Weil uns ja ja noch was fehlt ist So Und dann merkt ihr 2 schon komplett anders aufgebaut hier So Und dann merkt ihr 2 schon komplett anders aufgebaut hier Zack Und dann müssen wir ein bisschen warten Weil man hier immer meistens noch weiter schlüdert Zack Oh mein Gott NIE Was sieht ganz einfach aus? Ich bin noch ein paar Ich bin noch ein bisschen Ja Ich bin noch ein bisschen Obwohl Krass Vor sabern Die Schlechte Die Die zack nein was soll der scheiß denn schiebung okay das war jetzt scheiße ich sammle die sachen jetzt da hinten nicht ein warum scheiß aufs Leben okay kein thema und plumps da haben wir es so jetzt sollst du noch durchs Level laufen ich sammle jetzt nix mehr ein außer die hier also habt ihr auch gemerkt wir haben keine Kisten einsammeln müssen ich nehme jetzt die ganzen Kisten einfach nur aus Äpfelgründen mit und weg mit dir zack brauchen wir dich nicht mehr und hüpf das heißt 20% des Spiels haben wir zack und da kommt der rote so das safen wir natürlich erstmal so ab geht's nach Snowbiz auch nur zwei nur den Kristall und den Edelstein also ich nehme jetzt nicht wie gesagt wenn das klang jetzt vielleicht ein bisschen so als würde ich direkt hintereinander weg aufnehmen aber nein heute kam Folge Nummer 6 online und da ich jetzt noch in den Prüfungen bin ähm hab ich ja hab ich ein bisschen LOL wie unfair das war gut zack das Problem ist ich weiß jetzt nicht ja klar als ob als ob als ob es kann doch jetzt nicht wahr sein oder da rechnet man damit dass man jetzt eigentlich ein TNT trifft und dann trifft man doch diese eine verkackte Kiste gucken wir jetzt vorsichtmaßnahmen so okay Kisten erwischt Mö vergiss es ich greife dich gar nicht an okay und da seht ihr wir brauchen den roten deswegen habe ich ihn geholt nein ich habe ihn eigentlich gut weil ich die 100% haben wollte Also nicht, weil ich jetzt wusste, dass wir den hier brauchen. Das hatte ich ganz vergessen, dass wir den hier brauchen. So, Checkpoint. Und Bauchklatscher. Das brauchen wir nicht mehr. Mann. So, gegen den TNT-Block. So, Perfekt. So, gegen den TNT-Block.